Herzlich Willkommen liebe Leute zum großen Finale von Dungeons & Dragons Dark Alliance Ja jetzt steht uns hier der ganz große Bosskampf bevor gegen den Drachen Und wir fahren jetzt erst mal hier mit diesem Aufzug nach oben Und dieser Drache erwartet uns auf jeden Fall schon Ich bin auf jeden Fall bereit Hoffen wir mal, dass wir es gut hinbekommen Denn wir haben 3 Heidränke und die können natürlich auch schnell ausgehen einem Muss man auch sagen Oh da kommt er So was ist das Keiner? Dann werden wir gut hinbekommen kollektion ja komm schon aktiviere die ball ist okay gut, schneid mal hinter lauf, 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 lauf jetzt die hier schnell weg machen alle zurück, zurück, zurück mal los ja, sehr gut und zack jawohl er wurde abgefeuert jetzt können wir ihn wieder normal angreifen oh, ist schnell da hin nein, wo gehst du hin? oh, er fliegt weg ok, erst die normalen Gegner wieder weg machen er ist wieder da, oder? nee, der ist noch nicht wieder gelandet jetzt aber kommt drauf da oh, ich hab keine Ausbau mehr wollen, los und immer weiter drauf sehr gut sehr gut jetzt hier rüber jetzt müssen wir diese Ballista wieder aktivieren ganz schnell her ganz schnell her weg da, weg da, weg da, weg da, weg da weg da, weg da, weg da weg da, weg da so, jelter so jetzt doch komm her und dann los ah, dann geh ich halt zu dir so, fast haben wir hier die Hälfte erreicht, von der Gesundheit her jetzt fliegt er wieder weg jetzt fliegt er wieder weg oder grad sie weg mit dem und jetzt wieder auf den drachen braucht man schon schnell da wird wieder so eine balleste aktivierend das haben wir auch eine weite strecke dafür los lauf hinter lauf 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 und weg mit dir nach hinten wieder ja ja das ist das 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 hallo ich will rennen sehr gut schnell wieder hin zu ihm dann geht er jetzt mal wieder auf die reise so jetzt aufhalten hier wieder bank trinken ja weiter no no no, trink 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 sehr gut jetzt hinten hoch jetzt schön hier hinten hoch und nochmal die balliste abfeuern ja komm ja komm los abfeuern schnell da ist er wieder ja 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 rein los Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017